Ich spiele selber in der Freizeit ganz gerne Tennis. Das ist so der Ausgleich, den ich brauche, weil das so ein Stück weit Entschleunigung ist bei dem ganzen dynamischen Alltag, den wir haben. Ich bin aktuell Niederlassungsleiter bei Dresden Sommer in Magdeburg und verantwortlich für das Thema Lean Construction Management in der Region Mitteldeutschland. Die Standortleitung habe ich jetzt seit zwei Jahren inne. Die Herausforderung habe ich angenommen, weil das mich sehr gereizt hat, auch einfach in den Markt reinzugehen, der noch nicht verschlossen ist, dort Vertrauen aufzubauen, sich zu vernetzen. Deswegen war es aufregend für mich. Ich glaube schon, dass viele mich als engagiert im Berufsfeld wahrnehmen. Vielleicht würden sie sogar ein bisschen sagen, der Manu, der macht irgendwie bei Tresor Karriere. Das kann man da machen und das macht dem auch Spaß. Habt Mut, traut euch bei Dresden Sommer auch initiativ, euch zu bewerben. Wir haben Dresor-Spirit und wir sind eine Dresor-Familie und nehmen gerne immer neue Leute auf.